Der Baum ist durch. Fertig. Wenn hier ein Anlass ist, ist das Duisiger von Leid. Da muss einfach Sicherheit hin, oder? Und dann haben wir uns entschieden, den Baum wegzunehmen. Der Baum sieht grün aus. Für den Laien absolut unverständlich. Ich verstehe das auch, oder? Aber wenn der Baumspezialist das sagt, er hat ja auch Untersuchungsgeräte, er kennt die Pilze, er weiss, von was er spricht, dann trifft man dann auch gewisse Gleiben. Es sagt, er wird da nicht sehr gut mitineren. Ich finde es wie der Fall ist, den Baum ist geschehen. Das ist ein paar Menschen, die zu uns auf den Knotten macht. Und das ist mein Lieblingsgespräch. Da wird es einsch anda betrachtet. Das ist ein paar Menschen, die sich in Knotten verändert. Das ist eine gute Idee. Das ist ein paar Wochenende.